Ja, ich bin wieder zurück von meinem Einsatz als Hochzeitsfotograf. Ja, meine Güte, ist wirklich noch anstrengend. Also Hut ab vor all den Leuten, die das regelmäßig und als Beruf machen. Aber ich habe mich schon wieder erholt, keine Sorge. Und der Kollege hier hat sich auch erholt. Ja, der Clay hat nach der USA-Reise ja ein bisschen Schitter ausgeschaut im letzten Video. Aber ein bisschen Wasser und der Gute ist schon wieder voll im Einsatz und wunderschön da mit seinen Farben. Aber wir müssen nicht über dessen Farben sprechen. Wir müssen wieder über Armbänder sprechen. Ja, eigentlich wollte ich einen faulen Sonntag machen, aber dann habe ich ja in die YouTube-Kommentare geguckt und gesehen, der Benni hat geschrieben und gemeint, er hätte gerne noch mehr und noch längere Uhren-Armbänder-Videos. Und ja, da rennt er hier offene Türen ein. Und dann ist mir auch eingefallen, ein Video habe ich noch nicht gemacht, was ich euch eigentlich versprochen habe. Nämlich ein Video zu den neuen Armbändern für die Apple Watch, die angekündigt wurden. Nein, ich habe sie nicht alle hier. Aber ich habe sie mir in Cupertino alle angeschaut und ich habe das nächstbeste hier, nämlich die Apple-Webseite. Ja, wir machen zusammen Teleshopping. Nein, keine Sorge, es gibt da nicht irgendwo blinkende Werbung, wo man dann draufklicken kann und die Dinger kaufen kann. Nein, wir gehen sie einfach zusammen durch und ich erzähle euch ein bisschen, was mir aufgefallen ist. Weil beim einen oder anderen sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, die man anhand der Bilder vielleicht nicht gesehen hat. Also. Starten wir mit dem Sportloop, mit den Sportloops. Die sind ja jetzt übrigens alles mit diesen Blättchen hier, sie weiß, wie heisst es auf Deutsch? Nennen sie es Carbon-neutral oder Umwelt-neutral? Eine Primäre, ein riesiger Schritt. Dass sie noch besser für die Umwelt ist. Sie sagen gar nicht, was der Ausdruck dafür ist. Wie nennen sie es? Ich weiss gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. CO2-neutral nennen sie es so. Das ist immer ein bisschen schwierig, wie man das jetzt aus dem Englischen übersetzt und was es genau ist. Auf jeden Fall, dieses grüne Blättchen bedeutet, dass die jetzt CO2-neutral hergestellt werden. Nein, also das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Alles, was gut ist für die Umwelt, finde ich großartig. Aber was ich mindestens so großartig finde, ist, schaut mal, die Armbänder sind wieder symmetrisch. Ich hasse es, wenn es da links und rechts andere Farben hat. Das stört mich. Und jetzt sind sie wieder alle symmetrisch. Klar, die Spezialbänder nicht, aber die hier sind jetzt wieder alle symmetrisch. Das Sportloop in Winterblau gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Pink hat es natürlich auch. Hellrosa nennen sie es, Entschuldigung. Polarstern ist immer eine schöne Farbe. Das Zypresse fand ich auch erstaunlich gut. Also wirklich, ich bin nicht der größte Fan der Klettverschluss-Armbänder. Aber ich finde, dieses Jahr haben sie, oder diesen Herbst, haben sie sehr, sehr gute Farben erwischt. Und eben, sie sind symmetrisch, was mir viel besser gefällt. Dann kommen auch schon die Ultra-Armbänder. Da habe ich ja schon gelästert. Ich finde es ein bisschen schade, dass es für die Ultra nur neue Farben und nicht rundum neue Ultra-Bänder gibt. Und schon gar nicht irgendein Metall-Armband für die Ultra. Das finde ich ein bisschen verschenkt. Aber, ich muss sagen, die neuen Alpine Loops gefallen mir alle sehr gut. Mein Highlight, was ich mir auch gekauft habe, ist das Indigo. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden, finde ich. Ja, ganz toll. Ich sollte irgendwie nächste oder übernächste Woche hier eintrudeln, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auch das Alpine Blau ist sehr, sehr schön geworden. Olive passt halt auch ganz, ganz großartig zur Farbe, diesem Helm-Titan. Darum bin ich nicht unglücklich, dass es keine dunkle Ultra gegeben hat. Weil da wäre das natürlich die Kombination mit den Farben wieder ein bisschen schwieriger geworden. Dann weiter im Text, da haben wir jetzt auch noch die Trails. Da finde ich das hier, ja, Raphael hat vorher gesagt, er mag asymmetrische Armbänder nicht. Lustigerweise gefällt mir das ziemlich gut. Ich finde, weil es so übertrieben asymmetrisch ist, geht es in Ordnung. Wenn sie so halbpatzig asymmetrisch sind, wie beispielsweise hier, bin ich nicht so begeistert. Hier grau und hier weißlich. Aber das hier ist wirklich, das muss ich sagen, gefällt mir und sieht in echt auch ganz, ganz toll aus. Dann, was ist noch neu? Das weiße Ocean Band ist erhalten geblieben, aber jetzt gibt es auch ein oranges. Das hat mir bei der ersten Kollektion gefehlt. Darum habe ich hier eins aus China kommen lassen, was dann ein bisschen enttäuschendes Labbergummi war. Aber inzwischen ist, glaube ich, die Qualität der Kopiearmbänder auch besser geworden. Das Ocean Armband in Blau, das ist jetzt ein helleres Blau als das letzte. Ich habe mir das in Dunkeln, wie heißt es, Midnight heißt es, glaube ich, das, was ich habe, was fast schwarz ist. Das hier ist merklich blauer dieses Mal. Dann kommt das kontroverseste Armband von allen, das Feingewebe, oder die Feingewebearmbänder. Das ist eben dieses neue Material, was da so ein bisschen ausschaut wie, ich habe es mal böserweise genannt, wie ein Fußabtreter, den man sich vor die Türe legt. Fühlt sich aber ganz anders an, fühlt sich wirklich sehr fein, sehr wildlederig an. Interessanterweise kann man die aber aktuell nicht kaufen. Ich hätte nämlich dieses in Immergrün sehr gerne gekauft. Aber ich kann es schnell antippen. Derzeit nicht verfügbar, steht da. Ja, da klemmt es im Moment. Aber jetzt sind wir wieder nach oben gespickt. Ich bin kein Fan der neuen Apple-Webseite, habe ich das schon gesagt? Finden Sie so unlogisch. Nein, das sind die Nachfolger der Magnet-Lederarmbänder, die ich ja ausgesprochen gern mag. Ich habe jetzt an der Hochzeit auch wieder das weiße Magnet-Lederarmband getragen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich die dann im Alltag schlagen, da diese neuen, die feingewobenen. Das hat mir jemand in den Kommentaren gesagt. Ich soll doch einfach feingewoben sagen. Dann kann man es viel, viel eleganter in die deutsche Sprache einfließen lassen. Feingewebe klingt einfach wie Bindegewebe. Ich mag den Ausdruck überhaupt nicht. Aber diese feingewobenen Armbänder, ja, das finde ich eine schöne Formulierung. So machen wir das jetzt künftig. Nein, da finde ich wirklich alle drei Farben sehr gelungen. Dieses, ja, so beige, taub, nennen Sie es. Und Pazifik-Blau ist schön, aber ich würde das immer grün wählen, persönlich. Und dann gibt es ja auch noch die Magnetschliesse. Aber Achtung, die Magnetschliesse gibt es nur für die kleinen Uhren. Die gibt es nicht für die große, leider. Ich finde die Armbänder eigentlich sehr toll, aber gibt es nur für die kleinen Apple Watches. Und Mulberry nennen sie es, dieses Violett, was ein bisschen an Pflaume erinnert, was sie vor ein paar Jahren hatten und ich mir schon gekauft habe. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ja, die anderen zwei natürlich auch wieder. Das heisst übrigens Mandel. Ja, nein, die sind wirklich sehr... Ah, Apple-Webseite. So. Aber eben, die gibt es nur für die kleinen. Und da muss man auch darauf achten, die sind teurer. Aber die kosten jetzt in der Schweiz 130 Franken, wo die anderen nur 100 kosten, weil die halt die aufwendigere Schliesse haben. Aber eben, wie gesagt, bei all diesen feingewobenen Armbändern müssen wir dann schauen, wie langlebig sie sind, weil wasserdicht sind sie ja nicht. Sie können sich ja doch mit Wasser vollsaugen und vielleicht werden sie dann auch nicht mehr ganz so hübsch. Und da müssen wir ein Auge drauf haben, aber das kommt. Dann kommen die Sportbänder. Dann gefallen mir einfach die Farben wieder. Wieder nur schon diese Kombination aus Tonbrau, Sturmblau, Mulberry und Hellrosa. Die vier passen einfach so großartig zusammen. Aber ich kaufe mir jetzt nicht nochmal ein Violettes. Ich habe schon mehrere. Ich habe Dunkelkirsch und Pflaume. Auf Mulberry verzichte ich jetzt. Dann was weiter... Ah, Winterblau ist auch noch dazugekommen. Ansonsten dabei sind noch die Klassiker, Polarstern, Mitternacht, Product Red, was aber nicht so ein schönes Rot ist. Ich finde das so ein bisschen neonrot. Und die Klassiker natürlich. Jetzt kommen wir zu den Nike-Armbändern. Und ich finde, die Apple-Armbänder sind alle schön und gut, aber relativ konservativ und wenig überraschend. Nike und Hermes, was wir später noch sehen, die sind dieses Jahr wirklich in Topform. Die Nike-Armbänder haben mir so gut gefallen. Jetzt kommen die Klettverschluss-Armbänder, die aus, wenn ich es richtig verstanden habe, aus rezykliertem oder garm wieder von anderen Bändern gemacht wurden. Also das ist sehr, sehr spannend. Die sehen einfach unglaublich wild aus. Das da auch. Und das sind einfach sehr, sehr schön auch gemacht. Wie gesagt, ich bin wirklich kein Fan der Klettverschluss-Armbänder. Aber dieses Jahr sind sie wirklich alle toll. Das da ist ganz ein Wildes. Das ist da dieses, ja fast Kawasaki-Leuchtstift-Grün. Wie nennen sie es eigentlich? Bright Green. Ja, kommt meiner Formulierung ziemlich nah. Und das andere sind die Sport-Armbänder von Nike. Und die haben etwas ganz, ganz Tolles. Diese Sprenkele, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, diese Flecken, die da drin sind, das sind geschredderte, alte Armbänder, die sie da wieder eingearbeitet haben. Und das sieht einfach so toll aus. Da gibt es ja diesen Flecken-Look. Mein Favorit ist das Desert Stone, heißt es. So ein Beiges, wo dann all diese Flecken drin sind. Und das Erstaunliche ist, wenn man da eben mit dem Finger drüber fährt, man spürt diese Fleckchen, die da drin sind. Ist ein bisschen ein raues Armband. Nein, nicht wie Schmirgelpapier. Aber schon, wenn man mit dem Finger drüber fährt, spürt man all diese Fleckchen, die da drin sind. Ich mag es ausserordentlich. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Favorit von mir in der neuen Kollektion. Ja, die sind aber alle sehr schön. Das Pure Platinum ist auch ganz großartig. Also Nike, dieses Mal wirklich ganz, ganz gute Kollektion geworden. Dann kommen die Geflochtenen. Da haben wir auch ein bisschen die üblichen Farben. Sowohl Beige wie Tonbrau hat es gegeben. Also Brauntöne. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mutigere Farben noch gewünscht bei den Geflochtenen, weil die mag ich ausserordentlich. Da hätte ich auch gerne mal wieder eins gekauft, aber ist jetzt irgendwie keine Farbe dabei, die ich unbedingt hätte haben wollen. Bei den Solo Loops ist es ein bisschen ähnlich. Apple ist einfach bei den eigenen Armbändern dieses Mal sehr konservativ unterwegs, finde ich. Zypresse, ja. Winterblau, Hellrosa. Sorbe Orange, ja. Ich hätte lieber ein knalligeres Orange gehabt. Und dann kommen noch die Metallarmbänder. Da haben sie einfach nichts gemacht. Immerhin haben sie sie nicht ausgehen lassen. Das hat ja auch Gerüchte gegeben, dass Apple sich komplett davon trennt. Nein, tun sie nicht. Es gibt sie weiterhin. Die Mailänder Armbänder und die, wie nennen sie sie eigentlich? Die Gliederarmband, nennen sie die großen genau. Die gibt es weiterhin. Aber sie haben sie auch nicht irgendwie angepasst. Gibt auch keine Titanvariante davon. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich und schade. Da hätte ich gerne mehr gesehen, aber Apple offensichtlich nicht. Und jetzt kommt noch das große Highlight, die Hermes Armbänder. Hermes hat sich richtig, richtig Mühe gegeben, weil sie haben hier ein Dilemma. Apple hat sich ja von Leder getrennt. Und Hermes ist eine Ledermanufaktur. Aber sie können natürlich auch andere. Sie haben schon länger, haben sie ja verschiedene Stoffarmbänder auch verkauft im Apple Store. Und jetzt haben sie halt ganz, ganz viele. Übrigens kleine Anmerkung, wenn man weiterhin gerne Lederarmbänder für die Apple Watch von Hermes möchte, die gibt es schon. Einfach man muss im Hermes Store einkaufen. Hermes verkauft die weiterhin. Einfach Apple verkauft sie nicht mehr direkt. Also es lohnt sich auch im Hermes Store vorbeizugucken, wenn man auch Freude an den Hermes Lederarmbändern hat. Was ich, ja ich habe es für die Hochzeit auch wieder hervorgeholt. Ja, muss ja dann, kann ja ruhig ein bisschen eine Dress-Watch-Look haben. Und das hat natürlich sehr gut gepasst. Nein, aber jetzt die Textil- und Stoffarmbänder von Hermes. Diese Schachbrettmusterbänder sind so toll. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Das sieht wirklich toll aus. Fühlt sich auch gut an in der Hand. Aber klar, die sind dann teuer. Die sind dann 300 Franken, das Stück. Und alle kosten gleich viel. Dann gibt es die hier, die kennen wir schon. Aber es ist einfach eine neue Variante davon. Ich mit meiner Schwäche für Bordeaux habe das natürlich auch sehr, sehr toll gefunden. Orange kann Hermes halt großartig. Alle Sachen in Orange von Hermes sind wunderbar. Die ja sind unglaublich spannend. Die Bridons. Gefertigt aus einem fortlaufend gestrickten Band, das von Hand zu einem dreidimensionalen Chevron-Muster geflochten wurde. Ja, die sehen wirklich verrückt aus. Wie wenn man eine Oma hat, die unglaublich gut stricken kann. Ich hätte mir fast das da hier gekauft. Ich hatte dann aber etwas Skrupel, weil man sieht es auf den Bildern nicht ganz so gut. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass ich es mir in echt angeschaut habe, dass es ein relativ schmales Armband ist. Und gerade wenn man irgendwie vorhat, so etwas zum Beispiel an der Ultra zu tragen, ist es dann schon ein bisschen schwierig. So, zurück. Und wieder runter. Wo waren wir? Da waren wir. Ja, aber die sind wirklich sehr, sehr schön und fühlen sich sehr, sehr weich an, wenn man sie in der Hand hat. Dann das Armband, wo mich die meisten Leute danach gefragt haben. Da diese Kilim Singletour-Armbänder, die Gummi-Armbänder von Hermes. Ja, die schauen da so aus, ganz, ganz wilde Gummi-Armbänder. Und die Leute haben mich dann auch gefragt, ja, sind das einzelne Kettenglieder, die sie da ineinander gehängt haben, oder wie ist es? Nein, es ist schon aus einem Stück. Hier sieht man es ein bisschen. Das heißt, einem Stück, aber die sehen wirklich ganz, ganz toll aus. Ist ganz besonders natürlich das Orange-Modell. Was auch, ich habe es ausprobiert, an der Ultra auch sehr gut ausgeschaut hat. Ja, so schaut das hier aus. Gibt es für 41 und 45. Und wenn es für 45 ist, geht es natürlich auch für die Ultra. Hat auch eine schöne Schließe innen drin. Und wir sind schon durch mit den Armbändern. Ja. Hat trotzdem ein Weilchen gedauert, bis wir die alle besprochen hatten. Nein, meine Favoriten, also was ich mir schon gekauft habe, ist das Indigo Alpine Loop. Und das Wüsten Desert Sand Nike wird vermutlich auch noch folgen, was mir auch außerordentlich gut gefallen hat. Insgesamt wäre ich ein guter Jahrgang, was Armbänder angeht. Und ich hätte mir einfach noch gewünscht, dass es eben nicht nur bestehende Armbänder in neuen Farben und im Falle des Fine Woven als ein bisschen neues Material gibt, sondern dass es auch was grundlegend Neues gibt. Aber da war es ein bisschen enttäuschend. Also Hermès ist da viel, viel mutiger als Apple. Und Nike hat mit den bestehenden Bändern auch noch mehr gemacht als Apple. Also, ja, zeigt mal wieder, wie wichtig diese Kollaborationen sind. Vielleicht fände sich ja irgendwann mal noch eine dritte Firma, die da auch Sachen macht. Und das fände ich schon spannend. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer sich da noch eignen würde. Vielleicht irgendein Modekonzern oder sowas, was noch Hermès ergänzen würde und Hermès nicht zu nahe kommt, weil es mehr um Kleider geht oder sowas. Sowas wäre wirklich noch spannend. Aber das sind sie, die neuen Armbänder für die Apple Watch im ersten Überblick. Und bevor jemand fragt, ja, ich bin doch noch schwach geworden auf der USA-Reise, habe ich mir endlich mal eine Moonswatch gekauft. Jetzt, wo man nicht mehr anstehen musste, weil alle Leute ja die Blonde lieber wollen. Ja, muss einfach nur ein bisschen Geduld haben, dann geht es auch ohne Anstehen und Hype. Aber man schaut nicht, testet die jetzt gerade und gibt dann auch mal ein Fazit dazu. Aber da brauche ich schon noch ein bisschen mehr Zeit. Falls ihr Fragen zu den Armbändern habt, immer her damit. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hatte keines der neuen Armbänder hier. Daumen nach unten. Ja, die kommen erst. Und im Fall der Feingewobenen wissen wir ja nicht mal, wann sie kommen. Nein, aber ich glaube, mein Indigo kommt in ein oder zwei Wochen, sollte es eintrudeln. Dann machen wir dann schon auch noch ein Video dazu. Keine Sorge, keine Sorge, auch wenn es nur eine neue Farbe ist. Falls ihr das Video dann nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen. Falls ihr die Tests der neuen Apple Watches nicht verpassen wollt, unbedingt auch Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.